Compliance. Wenn man das Wort Compliance hört, kann man eigentlich sagen, ja das ist alles. Alles, wo man sich an Regelungen halten muss, die staatlich vorgegeben sind. Und wir wollen uns jetzt hier einen Bereich herausgreifen, der uns besonders relevant erscheint. Und zwar, E-Sport wird von Personen betrieben, die typischerweise in Organisationen, in Clans angestellt sind. Und wie sind diese Personen angestellt und warum hat das eine Bedeutung für Compliance? Naja, man kann, das könnten wir eigentlich auch, weil der E-Sport eine Querschnittsmaterie ist, aus allen Rechtsbereichen beleuchten. Und dann fällt man als allererstes ein, dass man, oh, ja, der große Klassiker, genau wie Herr Krups es jetzt hier uns sagen würde, wäre sicherlich, da ist jemand, der wird ausgeflaggt als Selbstständiger. Und in Wirklichkeit schreiben wir selbstständig drauf, Arbeitnehmer ist drin. Warum ist das ein Compliance-Thema? Warum ist das ein Thema? Herr Stolz, was glauben Sie, warum müssen wir da jetzt drüber sprechen? Was ist da auf das Zeichen einer der Big Three? Naja, also wir haben zunächst mal natürlich gewisse steuerrechtliche Risiken, die mit einhergehen. Ich muss, wenn ich einen Arbeitnehmer beschäftige, ja bestimmte Abgaben letztlich leisten. Wenn ich das nicht tue, dann können da, ich glaube, das sind Sie auch der absolute Experte auf dem Bereich, auch gewisse Konsequenzen daraus resultieren, wenn ich jemanden eben statusrechtlich falsch einordne. Statusrechtlich einordnen, das bedeutet, regelmäßig ist es ein Arbeitnehmer, ist es vielleicht ein freier Dienstnehmer, ist es heute, sagt man meistens dann Freelancer dazu. Und wenn ich das verfehle, wenn ich da eben den falschen Status letztlich wähle, dann hat es einerseits steuerrechtliche Folgen, das kann sogar strafrechtliche Folgen haben, das kann zu Nachzahlungen führen und ich glaube, da ist gerade Ihre Expertise seit kurzem sowieso nochmal mit einem Kommentar auch unterlegt. Ja, Sie haben recht, also wenn wir jetzt überlegen, Steuerrecht, da fällt einem wahrscheinlich der Punkt auf 370, AO ein, Steuerhinterziehung. Wenn wir sagen, Steuerhinterziehung geht auch um Einnahmen, ja Moment, wir haben ja ein Arbeitsentgelt, das setzt sich ja zusammen aus Arbeitgeberanteilen, Arbeitnehmeranteilen, Brutto, Netto, wir kennen die ganze Problematik, und wenn Sie die Lohnsteuer halt nicht abführen, dann könnte das eine Steuerhinterziehung sein, das ist die AO. Dann hatten Sie gesagt, ja, sozialversicherungsrechtlich, ich sage, ja, sozialversicherungsrechtlich ist es so, der Arbeitnehmer schuldet die Abgaben, der Arbeitgeber führt sie ja nur für den Arbeitnehmer ab, das heißt, er enthält dem Staat Sozialversicherungsabgaben vor, er ist tatsächlich auch strafrechtlich abgesichert, da hatten Sie gesagt, Strafrecht stimmt, 266a StGB, nicht abführen von Arbeitnehmerentgeltbestandteilen, sind wir auch ganz vorne mit dabei. Dann hatten Sie gesagt, Sozialrecht stimmt, Nachzahlungsverpflichtung, naja, mei, wer zahlt es denn am Ende nach? Nach, das ist der Arbeitgeber, der es nachzahlt, auch wenn es eigentlich ja Geld ist, was vom Arbeitnehmerentgelt abgehen sollte, wir haben ja da die sogenannten Brutto-für-Netto-Regelungen über das SGB in Verbindung mit dem Steuerrecht. Das heißt also, es ist tatsächlich eine große Sache, aber wie kann das denn sein, dass in Wirklichkeit alles am Arbeitnehmer hängt, denn der Arbeitnehmer ist doch im BGB geregelt, also wieder minder, und das eine ist doch Steuerrecht, das andere ist Sozialrecht, wie kommen wir denn da hin? Das ist zwar richtig, wir haben aber im Endeffekt im Steuerrecht, wir haben das Sozialrecht, wir haben da mehr oder weniger quasi identische Parallelregelungen. Da geht es um den Beschäftigtenbegriff, und die Abweichungen da sind eigentlich marginal, die kann man vernachlässigen. Das heißt, wer typischerweise aus arbeitsrechtlicher Sicht, das heißt aus 611a BGB, als Arbeitnehmer einzuordnen ist, der wird auch aus sozialrechtlicher, aus steuerrechtlicher Sicht regelmäßig als solcher zu behandeln sein. Das heißt, man kann sich da die Arbeit als Jurist ein bisschen einfacher machen, man hat die Möglichkeit tatsächlich, mit diesem einen Begriff zu arbeiten und dann zu sagen, okay, das gilt jetzt auch für alle anderen Rechtsgebiete in dem Fall. Tatsächlich, ich habe nochmal nachgeguckt, deshalb habe ich das iPad hier auf dem Schoß liegen, damit ich Ihnen auch keinen Schmarrn erzähle. Paragraf 1 Lotsteuer-Durchführungsverordnung sagt uns, wer Arbeitnehmer ist, und Absatz 2 auch nochmal, wann man tatsächlich abhängig beschäftigt ist. Da sagen wir, okay, das Steuerrecht hat mehr oder minder einen eigenen Beschäftigtenbegriff, aber ich lese Ihnen mal eine Passage daraus vor, Absatz 1, Arbeitnehmer sind Personen, Tralala, Hopsasa. Absatz 2, ein Dienstverhältnis. Absatz 1 liegt vor, wenn der Angestellte dem Arbeitgeber, öffentliche Körperschaft, Unternehmen, Haushaltsvorstand, seine Arbeitskraft schuldet, und dann kommt es tatsächlich an, dies ist der Fall, wenn die tätige Person in der Beschäftigung ihres geschäftlichen Willens unter der Leitung des Arbeitgebers steht oder im geschäftlichen Organismus des Arbeitgebers, dessen Weisungen zu folgen, verpflichtet ist. Das kommt dann doch bekannt vor. Ich muss gerade sagen, wir sind ja Kernwesen Arbeitsrechtler, das ist nichts anderes als das, was das BRG schon seit An und Dazumal macht. Also Steuerrecht werden wir tatsächlich mit dem Arbeitsrecht abdecken können. Also der größte Unterschied, muss man sagen, der da besteht, ist tatsächlich eher in der Rechtsprechung, wobei steuerrechtlich und sozialrechtlich in der Regel dann auch ein bisschen großzügiger der Arbeitnehmerbegriff angewandt wird. Das heißt, wenn wir im engsten, regelmäßig im engsten Begriff, das heißt im typischen Arbeitsrecht, einen Arbeitnehmer haben, dann wird man da auch im Steuerrecht und im Sozialrecht wenig Probleme bekommen. Insofern ist das eine ganz grundlegende Abgrenzungsfrage, die man sich regelmäßig natürlich in sämtlichen Unternehmen stellen muss, die aber im E-Sport doch nochmal eine ganz eigene, besondere Bedeutung kommt, muss man ehrlich sagen. Dadurch, dass wir im E-Sport natürlich noch eine relativ junge Branche haben, kann man jetzt diskutieren, ob sie jung ist oder nicht, aber Umsatz macht die Branche auf jeden Fall erst die letzten zehn Jahre in so einem Umfang, dass sich auf ganz verschiedenen Ebenen die Frage stellt, wann sind es denn Arbeitnehmer und wann nicht. Es stellt sich dann aufgrund dieser ganzen Besonderheiten, die mit dem E-Sport einhergehen. Wir haben ein internationales Phänomen, das heißt, ich muss mir die Frage stellen, welches Recht ist denn überhaupt anwendbar? Dann haben wir verschiedene Ebenen, wie im Fußball, da kennt man es auch, wir haben den ganz professionellen E-Sport, da ist es vielleicht nicht so problematisch. Wir haben den Amateur-E-Sport, also wenn man kein Geld damit verdient, klingt erstmal nicht nach Arbeitnehmer, können wir uns dann auch anschauen gleich, und wir haben dazwischen so eine Mittelstellung, heißt im klassischen Sport ist es der Vertragsspieler, früher mal als Vertragsamateur bezeichnet, bei dem es dann alles kritisch wird. Also wir haben ganz verschiedene Ebenen im E-Sport, die es da zu betrachten geht, um es mal jetzt ganz knapp und oberflächlich erstmal anzureißen. Jetzt sind Sie schon aus den Arbeitnehmern, ich schließe nochmal den Kreis rund. Naja, wir haben doch vorhin vom Sozialrecht gesprochen, weil da ging es um Abführungen, was hat da mit dem Arbeitsrecht zu tun? Und ich lese Ihnen mal vielleicht so einen Paragrafen 7 SGB 4 vor, die maßgebliche Norm dafür, ob man nach Paragraf 28, ich glaube, E SGB 4 überhaupt sozialversicherungspflichtig ist. Ja, Beschäftigung ist die nicht selbstständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Das heißt, für Steuerrecht haben wir auf den Arbeitnehmerbegriff faktisch abgestellt. Für Sozialrecht stellen wir auf den Arbeitnehmerbegriff ab. Und wenn wir uns dann natürlich den 611a anschauen, der uns den Arbeitnehmerbegriff definiert, sagen wir, da sind wir jetzt zu Hause. Und das ist der Grund, warum Sie gerade schon darauf eingegangen sind. Das heißt also, alles, was uns droht, Strafbarkeit 266a SGB wegen Nichterführung von Arbeitnehmern, gut, ist nur vorsätzlich strafbar, sagen, ja, ja, das macht ja keiner ab. Na gut, dann gehen Sie halt über Paragraf 8 Schwarzarbeitergesetz. Wenn Sie es fahrlässig machen, sind Sie in der O wie da drin, das kann für Unternehmen ebenfalls teuer werden, sollten Sie vielleicht darauf achten, dass Sie Ihre Verträge dort richtig gestalten oder auf anderen Wegen auf Nummer sicher gehen. Dann werden wir gegen Ende nochmal vielleicht ein, zwei Tipps für die Praxis geben, wie man damit umgehen kann. Und für den Fall, dass Sie sagen, okay, jetzt haben wir da das Straf- und Ordnungswidrigsrechtlichkeiten abgesichert. Die nächste Frage für Nachzahlungsverpflichtungen. Vielleicht können wir auch da uns irgendwie absichern und irgendwie in Erfahrung bringen, ob wir als Beschäftigender einen Beschäftigten haben, der sozialversicherungspflichtig ist. Wie machen wir das? Und für all das ist jetzt eine Frage entscheidend. Das ist Ihr Promotionsthema. Was macht denn jetzt den Arbeitnehmerbegriff aus im E-Sport? Weil, wir können ja überlegen, Arbeitnehmer, ja, ist das immer, ich sage es jetzt mal untechnisch, dasselbe Tierchen? Oder gibt es das in verschiedenen Facetten? Das kommt uns darauf an, wen man fragen. Wenn wir die Rechtsprechung fragen, die würden natürlich für jede Gruppe ganz gerne, wenn wir es jetzt überspitzt formulieren, so eine eigene Typologie anlegen, sagen, ja, beim E-Sportler oder beim Sportler auch, sieht der Arbeitnehmerbegriff ein bisschen anders aus. Wenn wir uns aber jetzt eben anschauen, dass man seit 2017, tatsächlich nach knapp 100 Jahren des Streits, gibt es jetzt seit 2017 tatsächlich einen Paragrafen, in dem steht, was ein Arbeitnehmer ist, kann man sagen, na ja, es gibt da erstmal eine ganz allgemeine Regelung, und die gilt überall. Der E-Sport ist insofern, wie in so vielen anderen Bereichen auch im Recht, zwar eine Querschnittsmaterie, aber erstmal nichts Besonderes. Auf den E-Sport ist das ganz normale Zivilrecht anwendbar, aus juristischer Sicht. Die Besonderheiten ergeben sich aus dem Tatsächlichen. Na, und dann schaut man halt in den 611a rein und stellt fest, dass typischerweise der Arbeitnehmer sich dadurch auszeichnet, wenn wir jetzt mal auf die wichtigsten Kriterien gehen, dass es ein unselbstständiger Indienstleistung ist, das heißt, diese Person muss weisungsgebunden tätig werden und vielleicht eingegliedert sein ist mittlerweile umstritten, aber regelmäßig wird schon auch angenommen. Das sind so diese Kernpunkte, die da vorliegen müssen. Was bedeutet weisungsgebunden? Das heißt einfach, dass der Vertragspartner, der auf der anderen Seite steht, in unserem Fall wird das dann ein Clan vielleicht sein, vielleicht ist es ein Verein, wenn es ganz wild läuft, kann es vielleicht sogar mal ein Sponsor sein, kann man darüber nachdenken. Also je nachdem, wer eben gerade da mit dem E-Sportler zusammenarbeitet, muss sich die Frage stellen, will ich den als Freelancer, wie man es heute oft nennt, oder einfach als normalen Dienstleister bei mir haben, oder sollte das ein Arbeitnehmer sein? Wenn ich mir die Frage nicht stelle, sind wir wieder bei Compliance und ich kann unter Umständen eben hier diese Rechtsform verfehlen. Und dass ich das richtig einordnen kann, dafür gibt es den 6.11a mit den Voraussetzungen, weisungsgebunden und ist er bei mir in einer Organisation eingegliedert. Ich meine, Sie haben die Kommentierung, Sie können da gerne zum Allgemeinen nochmal vielleicht das nochmal schön aufbauen. Was sind denn die exakten Voraussetzungen, dass man weisungsgebunden ist? Was ist denn da so typischerweise, was sind da die Merkmale, dass man als Unternehmer sagen kann, ja, das ist jetzt eigentlich ein Arbeitnehmer oder nicht, weil da muss man jetzt auch mal ehrlich sagen, da tun sich die Gerichte häufig auch nicht ganz so einfach, die einzelnen Tätigkeiten einzuordnen. Und wenn man sich dann anhört, dass man solche steuerrechtlichen, strafrechtlichen Konsequenzen haben kann aus dieser statusrechtlichen Einordnung, dann ist es doch manchmal überraschend, dass man, ich glaube, im Arbeitsrecht seit Jahrzehnten intensiv diskutiert und immer noch keinen Common Sense gefunden hat in vielen Bereichen. Und ich glaube, da können Sie gut ansetzen. Ja, das ist die gute Frage. Ich meine, natürlich müssen wir alles vom Arbeitnehmerbegriff abhängig machen. Aber das erste Stimme uns durch die Frage, können wir nicht einfach was anderes vereinbaren? Schreiben wir doch einfach mal Freelancer drüber und dann gucken wir mal, ob wir dann damit durchkommen. Naja, aber dann kennen Sie ja alle den 611a Absatz 1 Satz 6, zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. Mit anderen Worten, Etikettenschwindel ist nicht möglich, zumindest als Einbahnstraße, wenn die tatsächlichen Arbeitnehmer wären. Und dann sind wir genau bei den Kriterien, Herr Schlotterauer, die Sie gerade genannt haben. Wann bin ich denn jetzt tatsächlich in einem Arbeitsverhältnis? Und der 611a macht es sich da eigentlich relativ leicht. Der schreibt das nieder, was die Rechtsprechung in den letzten 40 Jahren versucht hat, in Leitsätzen wiederzugeben und hat das dann in vier Begriffe eigentlich gegossen. Wir brauchen jemanden, der weisungsgebunden ist, und zwar fremdbestimmte Arbeit verrichtet. Jetzt kommt es in persönlicher Abhängigkeit durch. Erstens eine Vorgabe hinsichtlich der Durchführung, mit anderen Worten, wie etwas gemacht wird. Zeitliche Vorgaben, wann etwas gemacht wird. Örtliche Vorgaben, wo etwas gemacht wird. Und natürlich auch noch den Inhalt, das heißt, was alles gemacht wird. Das würden Sie alles so in dem 611a Absatz 1 Satz 2 BGB finden. Wenn wir das jetzt alles durchexerzieren, deshalb ist es auch so schwierig, diese unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, Tierchen, die wir alle sind. Der eine hat mal einen gelben Flügel, der andere mal einen blauen Flügel. Die Tätigkeit eines Arztes ist anders als die eines Lehrers, anders als eines Sportlers, anders als eines E-Sportlers, anders als des Kassierers, anders als des Künstlers, alles Mögliche. Das heißt also, wo haben wir jetzt letztendlich die Besonderheiten? Und dann nehmen wir doch einfach mal die Weisungsdichte, die wir brauchen. Wir brauchen letztendlich jemanden, der, ich versuche es mal, so zu visualisieren, dem die Hände gebunden sind. Wie können Sie jemandem die Hände binden? Sie können ja sagen, guck mal, hier, so viel Platz habe ich. Oder ich habe nur so viel Platz. Das heißt, es ist wirklich der Unterschied, es ist ein wertender Unterschied. Haben Sie viel Handlung, Spielraum, Zeitort, Inhalt, Durchführung, sind Sie frei. Jetzt merken Sie schon, was ist viel? Viel fetter Bauer auf dem Wagen, hat man ja auch mal früher gesagt. Das heißt also, das ist eine Wertung. Und da sind wir wieder bei jeder Tätigkeit einzeln. Jetzt gucken wir gleich nochmal, und das ist ja genau das, was Sie herausarbeiten in Ihrer Dissertation. Wo ist man denn vom Tatsächlichen? Wenn wir den Phänotyp des E-Sportlers gleich nehmen, schucken wir uns erstmal den Profi vielleicht an, der hat uns ja schon eingeteilt, wo ist der denn unfrei, wo ist er nicht unfrei? Wo hat er Flexibilität? Weil, ich sage mal, unter uns gesprochen, wir reden E-Sport, das ist digital. Sie können das zu Hause machen, Sie können das, wenn Sie das Equipment irgendwo hinschleppen. Natürlich ist es klar, wenn Sie sagen, ich brauche jetzt entsprechende, wirklich, der Ping darf nicht lang sein, die Leitung muss schnell sein, ich brauche entsprechende Auflösung, Equipment ist ja klar, dass Sie nicht irgendwie mit so einem alten Notebook in der Ecke auf H1-H1 weiters machen können, sondern irgendwo vielleicht mit einer guten Anbindung, das ist klar. Aber Herr Schlotter, wenn Sie mal die einzelnen Sachen durchgehen, was kennzeichnet dann unseren E-Sportler, fangen wir mal an mit Ort oder Zeit, Durchführung oder Inhalt, suchen Sie es aus. Da würde ich tatsächlich noch einmal ganz kurz eins vorgreifen wollen. Wir können da, und das ist, glaube ich, so ein genereller Fehler, wir können nicht den E-Sport, und Sie haben ja schon gesagt, wir schauen uns mal den professionellen E-Sport an, aber wir können das eben nicht über einen Kamm scheren. Also wir können nicht den professionellen bei G2 oder ähnliches beispielsweise die E-Sportler uns anschauen und hinterher sagen, ja, das sind alles Arbeitnehmer. Wenn ich mir den Spieler bei G2 anschaue, dann hat der halt ein ganz anderes Tätigkeitsbild, als das vielleicht in einem kleinen Verein von mir aus ein herkömmlicher Sportverein beispielsweise ist, bei dem der Spieler irgendwo in so einem Übergangsbereich liegt, zwischen einem richtigen Amateur, der gar kein Entgelt bekommt, vielleicht bekommt er plötzlich Aufwandsentschädigungen, hat eine gewisse Flexibilität, wann er da spielen muss, vielleicht wird er aber auch zunehmend verpflichtet. Also wir müssen erst mal unterscheiden. Wir haben den professionellen E-Sport, darunter gibt es dann eine Ebene, die man auch aus dem herkömmlichen Sport kennt, die man da eigentlich ganz gut übertragen kann. Das ist so dieser Vertragsspieler. Das ist die Welt zwischen einem reinen Amateur, wie man sich klassisch vorstellt, so nach dem olympischen Leitbild von früher, dass man sagt, naja, der bekommt gar keine Vergütung. Wer ohne jede Vergütung tätig wird, ist regelmäßig, schauen wir uns auch vielleicht mal nochmal an, können wir auch nochmal reingehen in die Scheinamateur-Diskussion, ist dann kein Arbeitnehmer. Und dazwischen haben wir so diesen Vertrags-Amateur. Und jetzt muss man sich vor Augen halten, dass je nachdem, auf welchem Professionalisierungsgrad wir uns da befinden, verändert sich dieses typische, dieser Phänotyp des E-Sportlers sehr, sehr stark. Und das sind so diese drei Ebenen, die man da unterscheiden kann. Klar, den Hobbyisten gibt es auch, wenn ich persönlich zu Hause zocke, bin ich sicher keiner. Ach, wobei, mache ich dann wahrscheinlich im Rahmen meiner Tätigkeit, aber ich bin typischerweise dann kein Arbeitnehmer, sehr klar. Und dann müssen wir aber nochmal zwei Welten trennen. und das ist die Welt des herkömmlichen Sports und der E-Sport, der sich unabhängig von dem herkömmlichen Sport entwickelt hat. Das kann teilweise sehr identisch sein, wenn wir uns die Tätigkeit anschauen, aber gerade, wenn wir in diesen Amateurbereich gehen, zeigen sich da auch interessante Unterschiede, die da wirklich auch einen Einfluss darauf haben können. Also wenn wir da uns das einordnen, schauen wir uns nochmal ganz oben den professionellen E-Sportler an. Und auf den ersten Blick denkt man sich, ja, könnte ja problematisch werden bei der Einordnung. Warum? Wir brauchen ja erstmal eine Weisungsdichte bezüglich Zeit, Ort, Inhalt. Und wenn man da jetzt unbedarft rangeht, denkt man sich so, naja, so ein professioneller E-Sportler müsste ja nicht unbedingt eigentlich ortgebunden tätig werden. Da könnte sich auch die Zeit meistens relativ frei aussuchen. Das ist die erste unbedarfte Herangehensweise. Das stimmt aber natürlich für einen Mannschafts-E-Sport auf professioneller Ebene genauso wenig wie für einen herkömmlichen Sport. Die sind integriert in feste Trainingseinheiten. Die haben regelmäßig mittlerweile einen Trainer, der klare Vorgaben macht, wann zu welchen Uhrzeiten in welchem Umfang trainiert wird. Natürlich kann das in der Praxis je nach Team, je nach Clan ein bisschen variieren. Aber regelmäßig brauche ich für ein vernünftiges, kompetitives Team auf einem hohen Level, das international mithalten kann, brauche ich ein vernünftiges Training. Das heißt, da kommt meine erste Weisungsdichte schon her. Während dem Wettkampf kann ich mir tatsächlich relativ frei zwar aussuchen, wie ich spiele. Ich kann meine Taktiken spontan entscheiden und so weiter. Aber an welchem Wettkampf ich teilnehme, entscheidet regelmäßig nicht der Spieler individuell. Das heißt, da fehlt dann auch schon wieder die Freiheit, wenn ich sage, naja, wir nehmen gerade bei CSGO, wo wir vielleicht noch verschiedene Ligen haben, die zur Auswahl stehen, wenn da der, nennen wir mal noch, Dienstherr, die Entscheidung trifft, dann bin ich da auch nicht mehr frei. Das heißt, diese Bindung, die Gebundenheit, die ich habe, das wird immer enger so langsam. Und dann kommt natürlich beim E-Sportler was hinzu, was, glaube ich, noch viel stärker ausgeprägt ist als im herkömmlichen Sport, wobei es da auch zunimmt, ist diese, naja, fast künstlerische, also diese Influencer-Tätigkeit, die ich ja nebenbei sehr, sehr häufig habe. Also ein ganz großer Teil des E-Sportlers ist ja letztlich schon, dass er auch seine Personal Brand und auch die Brand des Unternehmens mit aufbaut. Und da ist es auch nicht unbedingt so, dass der Clan nicht ein Interesse daran hat, dass er klare Vorgaben machen kann, wann ist denn, fassen Sie mal den Begriff Öffentlichkeitsarbeit, wann soll ich denn das tun? Das kann der Spieler nicht frei entscheiden, das heißt, der wird in der Regel da gewisse Vorgaben haben, die kommen vom Sponsor, vom Clan und dann wird das immer enger, diese Freiheiten, die ich als normaler Dienstnehmer aber eigentlich habe. Und wenn mir diese Freiheiten in zeitlicher, inhaltlicher und örtlicher Hinsicht da zunehmend genommen werden, dann bin ich immer näher dran an Arbeitnehmern. Und da muss man auch ehrlich sagen, beim Profis nur ein E-Sportler wird es dann doch sehr unwahrscheinlich, dass es kein Arbeitnehmer ist. Eine Ausnahme darf man nicht vergessen, es gibt natürlich individuelle E-Sport auch, wenn man über Streetfighter oder ähnliches nachdenkt, da kann schon sehr, sehr viel mehr Freiheit bestehen. Also insofern, für den professionellen Bereich würde ich sagen, im Mannschafts-E-Sport eigentlich immer Arbeitnehmer, da muss schon wirklich sehr viel Freiheit gegeben werden, die aber natürlich dann als Clan, also warum sollte ich als Clan Interesse daran haben, derart viel Freiheit zu geben? Ja, danke schön. Ich denke, da haben Sie auch einen Punkt getroffen. Sie haben vorhin ja auch gesagt, es kann sein, dass derjenige eine Strategie selber im Spiel entscheidet, sagt er, okay, ich sehe, der Gegner reagiert und ändert seine Taktik, man muss es anpassen. Ich nehme als Beispiel StarCraft, da ist es eigentlich, funktioniert StarCraft auf einem ganz einfachen Prinzip, das ist Steinschere Papier. Das heißt, wenn der Gegner die eine Unit baut, müssen sie die Counter-Unit bauen, ansonsten verlieren sie. Und natürlich entscheidet der Spieler selbst, wie er dort auf die Taktik des anderen reagiert, aber das ist natürlich mit dem Arbeitsfeld wunderbar vereinbar. Bei der 611a Absatz 1 Satz 4 sagt ja auch, dass der Grad der persönlichen Abhängigkeit dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit abhängt. Genau wie dem Arzt keiner vorschreibt, wie er das Skalpill zu führen hat, wird man auch dem E-Sportler im Micromanagement oder auch im Makro eben nicht vorschreiben können, wie er zu agieren hat. Das muss er ad hoc selber entscheiden, weil, wie der Arzt sieht, jeder Körper ist unterschiedlich, muss der E-Sportler auch sagen, so führe ich meinen Schnitt dort entsprechend durch. Das heißt, auch das spricht jetzt nicht gegen die Arbeitnehmereigenschaft. Und was mir ganz richtig erscheint, ist, Sie hatten gesagt, wir müssen eben differenzieren auch zwischen den Profis, Halbprofis oder auch den Hobbyisten. Und deshalb funktioniert auch diese Typologie, die wir teilweise in der Rechtsprechung des Arbeitsrechts haben. Das BRG macht es ja immer ganz gerne und jeder Anwalt freut sich und klatscht in die Hände und sagt, ja guck mal, das ist ein XY, eine Reinigungskraft, damit ist der Arbeitnehmer. Das funktioniert so nicht, das war schon früher falsch. Und es ist wirklich so, es kommt auf den Einzelfall ein und die konkrete Ausgestaltung dieser vier Kriterien mit dieser wertenden Schau, wie ist die Weisung, sich das Symbol mit dem Hände gebunden sein, hatte ich ja vorhin schon aufgezeichnet. Das bedeutet also, wir müssen auch hier jeweils das individuell untersuchen. Und wenn wir jetzt den Ort nehmen, wie sehen Sie das denn mit dem Ort in Bezug auf einen virtuellen Raum? Wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, derjenige hat die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Müssen denn jetzt alle vier Kriterien, die wir haben, Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort, müssen die gleichermaßen ausgeprägt sein? Kann das eine, das andere im Sinne eines beweglichen Systems, das heißt also, kann das eine durch das andere aufgefangen werden, kann das so kompensiert werden? Hat der Ort vielleicht jetzt nicht mal die herausragende Bedeutung durch die Digitalisierung? Also da muss man sich, dadurch, dass die Rechtsprechung mehr oder weniger zu Gesetz geworden ist und der Gedanke des Gesetzgebers dahinter war, letztendlich die Rechtsprechung eins zu eins zu übernehmen. Und jetzt ist die Besonderheit, eigentlich, wenn man methodisch richtig arbeitet, würde man als Jurist sagen, da stehen vier Merkmale, also da stehen letztlich diese vier Merkmale, die vier Ausprägungen der Weisungsbindung drin, dann müssen die alle positiv erfüllt sein. In welchem Grad ist natürlich erstmal offen, aber das wären typische Merkmale. Jetzt weiß man, dass die Rechtsprechung das ein bisschen anders sieht, nämlich dass einzelne Merkmale tatsächlich, wie beispielsweise die Ortsgebundenheit, die können ganz wegfallen oder nur noch ganz, ganz schwach ausgeprägt sein und es reicht trotzdem, dass man Arbeitnehmer ist. Und sofern als Laie, der sich diese Norm anguckt, kann man auch ganz schön überrascht sein, dass letztlich einzelne Voraussetzungen, die da drinstehen in so einer Norm, in so einem Gesetz, gar nicht tatsächlich erfüllt sein müssen. Und da ist natürlich jetzt das Spannende im E-Sport, gerade wenn wir uns vielleicht auch mehr auf den Amateurebenen befinden dann, dass diese Ortsgebundenheit nicht zwingende Voraussetzung ist. Das ist natürlich als Arbeitgeber auch ein bisschen dann die Frage, in welchem Vertragsverhältnis will ich mich bewegen? Gebe ich da vielleicht Freiheit, um den Status eines freien Dienstnehmers vielleicht irgendwie noch zu erhalten? Und dann ist natürlich jetzt so diese neue Frage, die mit der Digitalisierung aufkommt, nicht nur im E-Sport, auch in anderen Bereichen, ob wir diesen virtuellen Arbeitsort, ob wir den als Anknüpfungspunkt vielleicht unter Umständen nehmen können, um tatsächlich zu sagen, naja, also wer egal zwar an welchem realen Ort, aber doch virtuell anwesend sein muss, also im Grunde ja genauso gebunden ist, ob wir das nicht als Ortsgebundenheit sehen wollen tatsächlich und dann sagen, okay, es ist wieder ein Arbeitnehmer. Also das ist eine Frage, die stellt sich gerade im E-Sport, im Amateurbereich sehr stark, viele Turniere finden online statt und insofern würde ich sagen, kann man das tatsächlich tun. Wir haben ja Begriffe, die mit der Zeit gehen müssen, es ist nichts Neues, also wenn wir 100 Jahre lang das Recht immer gleich angewandt hätten, dann würde unser System hier, unsere Gesellschaft gar nicht mehr funktionieren. Also von der Offenheit der Begriffe her würde es funktionieren. Die geltungszeitliche Auslegung, würde der Methodenlehrer gerade sagen, ist genau das, was wir machen. Wir müssen die Begriffe halt so interpretieren, wie sie in der Rechtsordnung jetzt sind. Ich hatte zwar einen Kollegen mal in Bochum, der sagte, man könnte auch heute alles noch nach dem römischen Rechte lösen, aber ich stelle mir gerade vor, wie der eine Römer dem anderen Römer sagt, kannst du mir mal deinen Netflix-Account rübergeben, ich möchte gerade den Stream so XY sehen, hatten die Römer, glaube ich, eher selten. Und im Zuge dessen müssen wir natürlich auch mit der Zeit gehen, denn ansonsten geht man ja mit der Zeit und da haben wir natürlich dann die Neuerungen zu berücksichtigen. Sie hatten gerade ausgeführt, dass ein Baustein innerhalb der Kriterien, die eine Weisungsbindung ausmachen, eine andere ersetzen kann. Damit sind wir dann genau in dem beweglichen System, was Wilburg entwickelt hatte. Wenn Sie aus der Methodenlehre und auch aus der Rechtshistorie sich das anschauen, hat er dieses System entwickelt, er sagt, naja, ein Plus an der einen Stelle kann ein Minus an der anderen Stelle kompensieren. Und das deckt sich ja auch mit dem, was das Gesetz mittlerweile aufgrund der Rechtsprechung aufgenommen hat, die Gesamtschau muss es ergeben, dass es ein Arbeitsverhältnis ist. Und deshalb werden wir auch die E-Sportler künftig nicht über einen Kamm scheren. Und wir sind eigentlich schon so, da wir gerade bei Herrn Jentz überzogen haben, dass wir nur noch zwei Minuten haben. Deshalb drücken wir ein bisschen auf die Tube und geben nochmal einen kleinen Ausblick darauf, dass wir nicht nur Steuerrecht, Strafrecht und sozialversicherungsrechtliche Sachen dort haben, denn für den Fall, dass wir den E-Sportler als Arbeitnehmer sehen und ich denke, wir sind uns da einig, dass im Profibereich die typischerweise, wie gesagt, wir müssen immer im Einzelfall schauen, haben wir ja gerade gesagt, typischerweise ein Arbeitnehmer vorliegen wird, dann können wir Schwierigkeiten bekommen, insbesondere mit einer Materie, die jetzt eigentlich in der digitalen Welt 4.0 im Arbeits, in der Arbeitswelt 4.0 ein riesengroßes Problem ist. Herr Schleuter, was meine ich damit? Ich hoffe, ich bin aufs Arbeitszeitgesetz. Ja. Das ist das Arbeitszeitgesetz. Ja, funktioniert schwer mit unserer Digitalisierung, muss man sagen. Das ist natürlich ein Phänomen, das jetzt im E-Sport natürlich genauso problematisch ist, wie es, glaube ich, in fast allen zunehmend digitalisierten Berufen ist. Das kennt auch fast jeder. Man ist ständig und immer erreichbar. Die Arbeitszeiten sind eng festgelegt und da stellt sich natürlich, also gerade auch im E-Sport auch die Frage, kann ich am Wochenende spielen, bis zu welchen Uhrzeiten kann ich spielen, dann die Frage, wie lange am Tag darf ich das Ganze praktizieren. Also wir kommen da natürlich, wenn wir im Arbeitsrecht sind, in die Bredouille. Genau das ist es. Wir haben das Arbeitszeitgesetz, eigene Ovi-Tatbestände, Compliance-technisch, aus Sicht derjenigen, die letztendlich die Verantwortung im Clan oder Unternehmen tragen, eine große Frage. Tja, da kommt noch eine Perpetuierung dazu, die das Ganze noch schlimmer macht. Wir denken immer, Arbeitszeitgesetz, der Arbeitsrecht, 48 Stunden die Woche, maximal im Durchschnitt, Ausgleichszeit, darum geht ja noch. Aber Ruhezeiten, 11 Stunden zwischen zwei Arbeitseinheiten, ja, kriegen wir auch noch hin. Aber verdammt nochmal, so ein E-Sportler, wie alt ist denn der? Normalerweise auch schon mal so. Naja, also ich sage mal, im Idealfall über 18. Wenn er jünger wäre, wird das natürlich mit der Beschäftigung aus rein rechtlicher Sicht problematisch. Also zumindest, wenn wir von einem Kind tatsächlich sprechen, haben wir das Problem, die dürfen wir gar nicht beschäftigen. Oder nur in extrem kleinen Ausnahmen, wo dann die Frage ist, ob überhaupt diese Sonderregelungen für den Sport anwendbar sind. Und selbst bei, na, minder, bei Jugendlichen haben wir das Problem, dass solange die voll schulpflichtig sind, ebenfalls nur in extrem eingeschränkten Umfang beschäftigt werden. Also es ist so wenig, dass man damit keinen E-Sport betreiben kann. Nicht nur das, bei den Jugendlichen ist es so, wie ist das mit der Beschäftigung am Wochenende? Schwierig. Bei Kindern und schulpflichtigen Jugendlichen ist es nicht möglich. Wann finden die großen E-Sport-Turniere statt? Regelmäßige nicht vormittags. An welchen Tagen finden die auch oftmals statt? Natürlich, die sind am Wochenende, die sind spätabends teilweise. Dann haben wir noch Zeitverschiebungen drin, wenn ich die Märkte in verschiedenen Bereichen erreichen will. Das ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht eher problematisch, wenn Minderjährige da mitspielen. Und man steht dann natürlich auch in der Öffentlichkeit. Und dann ist halt die Frage, ob irgendwann mal hier da eben Compliance-technische Probleme entstehen könnten. Also Sie merken, der Statusbegriff des Arbeitnehmers, der ist nicht nur für Steuerrecht, für Strafrecht, für Sozialversicherungsrecht, für das Arbeitszeitrecht spielt der auch eine Rolle mit den OVIs, die da hinten dranhängen. Und wir könnten das Ganze beliebig fortsetzen. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, aber ansonsten würden wir noch darauf eingehen. Es gibt natürlich auch im Jugendarbeitsschutzgesetz Regelungen dafür, dass für Sportveranstaltungen dort Privilegierungen bestehen, dass man da doch mal was machen kann. Aber das führt uns jetzt zu weit mit Blick auf die Uhr. Aber was wir auf jeden Fall noch machen wollen, ist einen kleinen Ausblick geben. Früher sagte man im Ruhrgebiet, ich bin Kind des Ruhrgebiets, da hebt die Kuh den Schwanz. Da kommt das Entscheidende raus oder es kommt nicht raus. Das ist die Frage, Arbeitnehmer ja oder nein? Beschäftigte im Sinne des Sozialversicherungsrechts ja oder nein? Beschäftigte im Sinne des Lohnsteuerrechts mit der Folge, dass man eventuell, wenn man nicht abführt, Lohnsteuerhinterziehung macht? Ja oder nein? Was machen wir denn jetzt in der Praxis? Jetzt sind Sie, sind ja selber noch nicht im Referendariat und nicht in der Praxis, deshalb erlaube ich mir mal einmal dazwischen zu grätschen. Was würden Sie jetzt einem klaren Rat, das können wir eigentlich unserer Anwälte, die jetzt hier auch zahlreicher Vertretenes raten, ich glaube, Mensch, das machst du eben schnell selbst, für den Fall, dass Sie sich überlegen, eigentlich könnte ich meine Oma fragen, wie die noch leben würde. Meine Oma hätte zu mir Folgendes gesagt, Junge, frag doch die Behörde, ob der dann ist. Der Oma, das ist eine gute Idee. Und tatsächlich, das geht. Das hat man nicht immer auf dem Schirm, aber Sie können zum Beispiel für die Sozialversicherungspflichtigkeit, in den Paragrafen 7a, Absatz 1, SGB IV, der sieht das vor, ein Statusverfahren durchführen. Da fragen Sie bei der Behörde an, dann stellen die das fest und in dem Moment, wo die das feststellen, der ist kein Arbeitnehmer, sagen die, Sozialversicherungsabgaben abführen, freue ich mich, gut. Wenn die sagen, es ist so, ja gut, dann führen sie halt ab. Dann sagen sie, okay, sozialversicherungsrechtlich haben wir es geregelt. Verdammt nochmal, machen wir mit dem Staat in Bezug auf die Steuer dann. Weil, wenn das Sozialversicherungsamt was sagt, das bindet ja das Finanzamt nicht. Was machen wir denn da? 42e, E-STG, sagt es ja, dann mach doch einfach ein Anrufungsverfahren, mach eine Anrufungsauskunft dort beim Finanzamt, dann sagen die dir, ob der letztendlich lohnsteuerpflichtig ist oder nicht. Das heißt also, wenn Sie aus Compliance-technischer Sicht auf Nummer sicher gehen wollen, dann sorgen Sie einfach dafür, dass die Behörden involviert werden. Die würden natürlich immer gerne sagen, ja, sind sie. Warum? Ich sage mal, das ist immer die fünfte Auslegungsmethode, habe ich früher gesagt, aber wir sind ja online, deshalb darf ich es nicht sagen, das ist die Auslegung, wo es der Staat am meisten Geld verdient. Und insofern, ja, die greift dazu, man wird immer vorsichtshalber sagen, ja, Sozialversicherungspflicht ist gegeben, da kommt ja auch der Allgemeinheit zugute, schön, alle in die Arbeitslosenversicherung rein, Rentenversicherung etc. pp. Lohnsteuer ist eigentlich auch immer gut, wenn sie dem Staat zufließt, Neigung ist aufgrund dessen groß. Aber, wenn wir das als Absicherung nochmal in den Fokus nehmen, können sie ja selber auch noch gestalten. Herr Schlotter, das haben Sie wunderbar angesprochen. Was können wir denn tun, damit wir den Status des Arbeitnehmers nicht erreichen? Also, wenn wir den wirklich vermeiden wollen, müssen wir halt vermeiden, dass man weisungsgebunden behandelt. Das heißt, ich muss ihm halt Freiheiten geben, wo ich als Clan tatsächlich nicht zwingend die Weisungen geben muss, weil ich es halt wirklich brauche. Und das zum Beispiel sehe ich halt im professionellen Bereich nicht, da wird es kaum möglich sein. Wenn ich im Amateurbereich bin, besteht durchaus vielleicht die Möglichkeit, dass ich sage, gut, trainiere es selber, mach da dein eigenes Ding, du bist nur für die Wettkämpfe bei uns da, wir unterstützen dich hier und da, aber das bleibt in deiner Entscheidungsfreiheit. Also da ist durchaus Spielraum da, dass es ein reiner freier Dienstnehmer ist. Es ist natürlich ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, wenn man dann faktisch am Ende doch die ganze Zeit Weisungen gibt. Ich sehe es genauso, bereits zu meiner Ausbildungszeit im REF hatten wir mehrere Fälle, da ging es über Franchise-Nehmer oder Arbeitnehmer und dann haben wir für die Kanzlei, bei der ich damals war, gesagt, ja und der hat alle Freiheiten der Welt, der kann seinen Urlaub selber aussuchen und der darf sich die Schnürsenkel anders binden. Ich vertreibe jetzt natürlich bewusst. Wollen Sie es vermeiden, dass derjenige Arbeitnehmer ist, müssen Sie tatsächlich nicht irgendwas einfach nur plakatieren, was eine leere Hülse ist. Sie müssen demjenigen tatsächlich einen Spielraum geben. Genau wie Herr Schlotthauer gerade sagte, sagen Sie, wo du trainierst, ist egal. Wann du trainierst, ist egal. Inhaltliche Vorgaben kriegst du nicht. Das Problem ist nur, Sie müssen es da noch leben. Sie können nicht aufs Papier schreiben, Sie sind komplett frei und in Wirklichkeit sind Sie frei, wie Sie atmen. Das heißt also, da muss der Spielraum gelebt werden und deshalb ist der Einzelfall auch so wichtig und zwar der tatsächliche. Im Sozialrecht ist das schon lange anerkannt beim SGB VII, dass man die tatsächliche Durchführung nahm. Das Gesetz nimmt jetzt in 611a BGB für den Arbeitnehmer auch auf und deshalb denke ich mal die Beschäftigungsproblematiken, Scheinselbstständigkeit etc. Und alles, was Compliance-technisch da dran hängt, werden wir aus dem klassischen Diskussion des Arbeitsrechts, des Sozialversicherungsrechts und des Steuerrechts übernehmen können und müssen und dafür sorgen, dass die Richterinnen und Richter Ahnung auch vom E-Sport bekommen und dort die tatsächlichen Bindungen erkennen können. Und ich denke mal, da versuchen wir auch jetzt und für dahin mit weiteren Veröffentlichungen ich hoffe da sehr intensiv auf ihre Dissertation einen Beitrag zu leisten.